I'm so fancy, are you already know? Die Scale-Rüstung, wie die heißt, ich hab immer noch keine Ahnung, mal craften, also wir brauchen diese Hexe-Dinger, Diamanten brauchen wir ja, irgendwie, ich hab keine Ahnung Kann ich das Obsidian, Obsidian, Obsidian Das hab ich dir oben in die Station rein gemacht, äh, die Links Die Station, ah, da 15 lang, ja, das ist die Links Ich mach mir das in meinem Heim, ne, rechts, die Karten, die sind so richtig nervig Äh, es geht So Haben wir schon gezeigt, dass wir einen goldenen Chocopo haben, also eins zumindest Ja, ich glaub's, ups, jetzt hab ich's natürlich falsch gemacht Auf jeden Fall haben wir's jetzt gezeigt, wir haben ein goldenes Chocopo Das könnte aber noch nicht uns Wir dürfen uns welche nehmen, aber wir nehmen uns jetzt noch keins, weil halt nur eins da ist Ja Wie war das jetzt nochmal? Der Helm? Ne, ne, jetzt halt dich nicht aus Ne, ne, wo ist die Cicapa? Weg mit dir Ich halte dich nicht aus Äh? Das halte ich nicht aus Wart mal, wie heißen die jetzt hier? Das halte ich nicht aus Ne, ne Ach, da brauchen wir ja Oh Alter, hab ich Oh, Leute Äh Ernsthaft So Gold hab ich noch, ich hab sogar Goldblöcke Cool Iron Ore Iron Ore Okay Hm Das war so, so, glaub ich, ne Ne, warte Wer kommt da hin? Da kommt Gold hin, ne Hä? So, mach mal den Helm Okay, also den Helm hab ich jetzt schonmal Äh, also den Helm hab ich jetzt schonmal So, jetzt kommt die Prost Vier Gold, drei Obsidian und sonst Dings Warte, irgendwas fehlt mir doch Achso, ich bin dumm Ich brauch natürlich die Äh, Exzenzen Natürlich, ne Ja, ganz gut So, jetzt hab ich die Prost Äh, Mist Da kann ja da drinnen bleiben Stimmt, die Hose Sondern fünf Obsidian und zwei Gold Gib mir das Gold aus Wo war das Gold hier? Und das So Oder? Ja, das ist die Hose Ich weiss grad nicht, wie der Helm geht Ey, das ist voll komisch, ohne Witz Der Helm war, ich glaub Gold, Obsidian, Gold Obsidian Hexical Diamond Obsidian Guck Richtig seltsam Und die Schuhe waren Vier Obsidian und ein Hexical Diamond Die Schuhe haben das Crafting Rezept von einem Helm, ohne Witz So komisch Hey, das geht doch so Also, ich hab sie Ah, genau umgekehrt Ich hab sie Ich hab sie So, ich zieh sie mal an Achso, okay, Helm hab ich Dann Hose Okay Wollte ich gar nicht Oh, ich hab schon wieder vergessen, wie es geht Ich will keine Screenshots machen, Mann Wahnsinn Achso Achso Hat sogar Effekte, lol Strench Resistance Und Fire Resistance Hat man Ey, nice Die ist ja echt cool Aber das ist halt die Frage, wie lang hält die, ne? Äh, scheiße, ich hab sie schon wieder vergessen Ah, stimmt Ich wollt Ah, du hast mir ja jetzt die Fury Blood gegeben Ich mach mal Die müsste eigentlich wie eine normale Rüstung gehen Die Fury Blood Rüstung, ne? Äh, nicht Ach, wieder umgekehrt Ich bin so ein Trottel, ganz ehrlich Dann könnte ich mich selber schlagen Ja, das ist immer dasselbe So So Ich hab alles Alles normal Cool Da mach ich mir die auch Ich glaub ich mach dann so Rüstungsstände, das sieht dann auch cool aus Ähm So Gut Ähm Dann die Rüstung geb ich erstmal hier rein Weck 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 Na, ich mach das dann auch Nein Der hab ich noch nicht verzaubert und so Deswegen geb ich die erstmal hier rein So Genau die hier Jetzt hab ich die Genau das sind die Fury Blood die du mir gegeben hast Besonders So jetzt mach ich die ganzen Ingits hier rein Die mit den Fury Blood Bam So einmal den Helm Ach komm ich krieg's nicht mehr hin, geil Der Helm Die Hose Die Brust Und die Schuhe So So Ich brauch jetzt eigentlich Level noch Ich brauch eigentlich noch Level 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 Wo krieg ich jetzt Level her Oh lol die sieht echt fancy aus Oh ne Witz Ich brauch halt echt noch Level Ich glaub ich such mir jetzt noch ein Dungeon Oh warte bevor du gehst Schau dir mal die Rüstung an Die Fury Rüstung an Bist du grad in der Nähe? Jaja Sieht voll geil aus Geil aus wie ne Ja mit dem Schwert Sieht over nice aus Die Hexe Tristung sieht auch nicht schlecht aus Da hast du sogar 3 Effekte drauf Was hat denn das hier alles? Fury Hour Fury Hour Fury Hour Fury Hour Okay und das Schwert hat auch Äh Fire Aspect genommen Vergrößt Alter Alter Machst du mir nicht kaputt? Hä das Problem ist Äh Ich muss eigentlich Kannst du meinen ich starb vielleicht noch auf Unbreaking 3 verzaubern? Mein Electric Stuff Äh Ja Wenn mein anderer ist fast kaputt Ja dann müssen wir auf den Dings gehen Okay Zum Verzauberungszimmer Also entweder zu Jogo oder zu mir Ob ich's wurscht Ja Jogi ist näher grad im Moment Gehen wir da schnell hin Das werd ich mir merken Jaja Ach stimmt ich hab ja auch so ein Wind Stuff glaube ich Nicht Wind Stuff Electric Stuff Oder Electric Stuff Ach kein Ach der Wind Stuff ist zum Dings gell Zum Trollen Alter ist die Geschenke Kiste Ja Ne das ist ein Zombie Kopf Ey ich dachte ich hätt Okay Ich war mir sicher ich hätt was Dann war's wahrscheinlich der Zombie Kopf den ich gesehen hab Wo ich dachte das wär ne Nagertrophäe Äh hier bitteschön Dann geh mal her das gute Ding Reparieren kann man die nicht gell Das ist voll behindert eigentlich Ne das ist halt das blöde Ja Nur Unbreaking 3 Mehr brauch ich nicht Bitte Das wär sehr schnieke von dir Hä bei mir steht hier dass es keine Level kostet Okay Stimmt das? Warte mal ich verzauber mal Ey das geht gar nicht Ich kann kein Unbreaking drauf machen Hä? Hä? Gibt's was vergleichbares wie Unbreaking? Ich geh doch bei mir Repair kosten nichts Nö es geht nicht Ohne Witz WTF? Warte gib mir mal nochmal Hä? Warte mal ich geh auch Warte mal ich geh mal in Vanilla rein Nö geht auch nicht Hä? Hier? Gib mir mal Es geht nicht Ach lol ich bin so dumm Der hat schon Unbreaking 3 drauf Ach der Hä oder hast du das grad Ich hab keine Ahm Ich hab Ich hab keine Ahm Ich muss bei mir auch dann in der Aufnahme nachschauen Ohne Witz ich kann's dir echt nicht sagen ob's jetzt drauf war oder nicht Ich hab ich weiß jetzt nicht Ach egal furcht Ich kann Ich bin mir ziemlich sicher dass es nicht drauf war Ach keine Ahnung Furcht Warte mal was ist hier in der Guten Truhe drin So in welche Richtung In welche Richtung rennen wir denn? Emma Assembly Copper Ore Da war ich auch schon Nix interessantes drin Ich werd nach In die In die Richtung Nach Osten Oder nach Westen Ich glaub ich Ich glaub ich muss bei mir die Keyframes wieder runter stellen Beziehungsweise höher stellen Tschüss Das Problem ist Ich werde wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit gekickt Wegen Fly ne? Ja Mhm Ich glaub ich cut das einfach Keine Ahnung Haha Das ist schon nervig Der eine Staff ist jetzt kaputt gegangen Ach das Ding ist ja schon fertig Oh nice Hä? Was? Mein anderer Stab ist weggebockt Aber So eine Seite Ah jetzt ist er Hä? Hä? Das ist ja mega verpackt hä? Keine Ahnung Ich hab keinen Plan Ohne Witz So daraus mach ich jetzt noch ein paar Dings Ich werd grad Oh doch ich werd gekickt Alles gut Ich werd auch gekickt Alles gut Ja ich dachte grad ne Ich werd gekickt Alles gut So gut Sooo Dann mach ich hier an der Dachetage weiter Ich hatte noch gedacht Ich klatsch nochmal die Etage drauf Aber ne Ich glaub ich geh einfach tiefer We need to go deeper Und so Ich glaub ich setz da vorne jetzt mal an Lol Was ist das für ein Wasser? Was soll ich das Wasser? Ja 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 geht da nicht rein Ja das ist gewollt Dass es auseinander ist Weil ich Wird schon wieder gekickt? Ja wegen Fly dann ne? Weil ich hier so ne Spitze drauf setz Weiß nicht ob ich sie so anlass oder? Ja mal schauen Lol Alter Oh meine Rüstung ist fast kaputt Ja das ist besser Ich hab ne neue Fernseher Rüstung richtig Ja ja da Weil vielleicht machen wir doch noch ein paar Folgen mehr Keine Ahnung Ja eben Wie gesagt weil halt ja eben Wie er es jetzt schon angesprochen hat Weil ja Hex jetzt Im Prinzip Vom Technischen Vom Erkunderischen Oder wie man das gerne nennen möchte Und unsere Seite langsam zum Ende geht Und wenn wir jetzt da ewig folgen nur rumlaufen Und es ist halt die ganze Zeit teilweise Okay im Twilight Force war es echt extrem Ich hab das halt mega geleckt Und das wollten wir euch natürlich nicht antun Deswegen haben wir auch immer gecutt Aber jetzt ich weiß halt nicht ob wir Verflucht Ähm So noch die Gegend erkunden sollen Aber es ist ja Also Dungeon Technik ist ja alles weg Ja keine Ahnung Aber so die vielleicht nochmal so in Höhlen reingehen Bisschen Farmen gehen oder so Das könnte man vielleicht noch machen Oder vielleicht noch so kleine Bauprojekte Das wäre eigentlich auch noch ziemlich interessant sogar Ja Also grad für dies was es interessiert Da könnt ihr eure Meinung gerne in den Kommentaren lassen Äh Reinschreiben meine ich Das hat sich grad so negativ irgendwie angehört Ja Schreibt mal eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare Das wäre ganz dumm Ganz dumm Jujujuu Wir hätten auch noch so Ideen Wie man vielleicht das noch ein kleines bisschen Interessanter gestalten könnte Aber Ich weiß halt nur nicht wegen der Umsetzung Mal gucken Lassen wir uns mal überraschen 16 Emeralds alter Ich bin so rich Ja ich hab auch schon übern Stack Ja ich hab jetzt einfach 16 Emeralds bekommen in einer Kiste In einer Kiste? Ja 16 Emeralds einfach so Ah hast du nen Dungeon gefunden Ja ja ich hab schon Warte break Weiß Ja ich mach hier Ok das darf ich noch nicht aufmachen Die Tore Da muss ich erstmal den töten Kommen sie her Ich mach hier brav an meinem Dach weiter Ach scheiße jetzt hab ich natürlich nen Fehler Achso den kann ich noch gar nicht Scheiße Begangen Oh Gott macht der Damage Oh Gott bitte sterb nicht Aber ich seh deinen Namen schon im Chat Ich seh deinen Namen schon im Chat ey Ich seh deinen Namen schon im Chat ey Jetzt müsste eigentlich dann gleich die Meldung kommen dass da Ja 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 Ich hab aber ein kleines Problem Das brauch ich nicht Ungefähr Unbedingt Sag jetzt nicht Ey Ey normalerweise kommt doch die Meldung dass da besiegt wurde oder nicht Ja hab ich es bei mir auch bekommen Oh Gott, der war das knapp. Ich habe alles bekommen noch. Alles. Perfekt. Nice. Oh Gott. Oh Gott, ich glaube es wird noch mehr. Ja, oh Gott. Wie ist es noch? Was? Ja, der ganze Turm ist eingestürzt. Achso stimmt. Ich glaube der stürzt bis zur Hälfte oder sogar weniger. Oder beziehungsweise mehr in dem Sinne. Ja, aber ich habe wieder fünf OP-Flets bekommen, Alter. Das ist krass. Geil. So, oh genau ich kann jetzt, ich habe ja meine Rucksäcke mitgenommen, stimmt. Na ja, die sind echt gut, ja. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich auch demnächst in den nächsten Folgen wahrscheinlich losgehen und ein bisschen Gold farmen. So. Ja, ich habe jetzt wieder nochmal Ender-Giant-Sword bekommen, nochmal Ender-Shield, nochmal Rift-Blade. Lol. Mega krass. Ah, stimmt. Ich habe jetzt... Oh Mann, ich vergesse es halt die ganze Zeit. Ach komm, das nehmen wir jetzt gerade mit. Ey, ich habe sogar fast mein Dach fertig. Richtig nice. Warte mal, ich habe noch... Ah stimmt, die Kohle ist alle. Ich muss wieder Kohle brennen, beziehungsweise Kohle Farm gehen, aber das mache ich nachher. So. Oh ne, das nicht. Äh, das hier. So, mach mal hier hin. So, wir haben... Oh ne, das wollte ich eigentlich nicht droppen. Bis. So. Bis. Dann gehen wir weiter. Bis. Zuck. Also, ich bekomme jetzt... Also, von dem Boss kriege ich noch mega viel Damage. Okay. Also, ich habe aber ne Kack-Rüstung. Deswegen. Wahrscheinlich. Hä, was für ne Rüstung hast du an? Ne Kack-Rüstung. Achso. Ja, ich habe meine... Viel Rüstung an, die sieht so... Ist die vorgelegt schon vorbei? Ja, es geht. Noch ein Minütchen. Ach, die sieht so geil aus. Mit dem Schwert ist das so cool. Vielleicht finde ich jetzt so einen geilen Tower. Ist ja geil. Hä? Ach, da ist auch noch was. Okay, das Dach. Okay, das Dach ist nur zur Hälfte von... Man, ich muss mich mega räuspern. Oh ne Witz, ich habe voll ein Kloß im Hals. Ich merks. Ja. Ah, mein Dach ist aber zur Hälfte fast fertig. Das ist doch ziemlich cool. Ich glaube, hier war noch niemand, wo ich gerade bin. Hehe. Es ist gut, es ist lecker. Einfach gar nicht. Ja, in der Oberwelt, da leckt es nicht, ne? Ja. Das ist voll komisch, irgendwie. Ja, da muss ich dann Slaps hinmachen, genau. So, dass das alles passiert ist. Das ist ein Vanishing-Block. Kann ich da nicht rein? So. Gut. Hä? Ups. Komisch. Vielleicht bin gerade meine Wendeltreppe runtergefallen, wenn ich nicht hingeschaut habe, wo ich hinlaube. Haha. Gott, wie peilig. So, die letzten Dinge. Ich mache die jetzt noch fertig und dann können wir auch wieder Ade sagen. Und... Zack. Juuu. Juuu. Du bist fertig. Juppie. So. Ich muss mich noch um die Kohle kümmern. Hier wäre noch mal ein Turm. Haha. Hehehe. Hanna jetzt nur Obsidian. Ja, das... Ja, Dings. Das kannst du in der nächsten Folge wieder was hast. Kannst du in der nächsten Folge. Mammut. Macht das Damage, macht keinen Damage. So. Mammut. Mammut. Genau, genau, genau. So. Ach, sieh, da habe ich ja noch Kohle. Ja, ich habe echt krass, dass ich so aufgekickt werde, ne? Ach, fliegst du gerade wieder die ganze Zeit rum? Jaja. Okay. Aber ich habe das mit meinen Tricks schon gefunden. Ja, du hast halt nicht die ganze Zeit spammen, gell? Ja. Nicht die ganze Zeit spammen. Alter, das schaut hier mega gut aus. Warte, bitte noch kurz rendern. Da haben wir hier einen. Ja, bitte kurz rendern. Bitte kurz rendern. Dankeschön. Ne, warte, wie mache ich das am besten hier, glaube ich so? Ach. So. Warte, der Stab muss weg. So. Schaut geil aus hier. Ach, Kohle rein. Okay. Äh. Ja, okay, da fange ich mit dem hier an. Reicht das bitte? Genau. Ich kann Schiff oder sowas noch looten gehen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Genau. Ja, ja, ja. So, das lasse ich auch noch brennen. Gut. Da war's das. Heute. Ne? Jo, ja. Wenn ihr euch gefallen habt, lasst den Like da. Schaut bei den anderen vorbei. Schaut bei den anderen vorbei. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao, bis morgen. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.